1.000 für den Imperator Der YouTube-Kanal In Kooperation mit Raken War Games Und Games Island Hallo und herzlich willkommen bei 1.000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und nachdem wir jetzt bis auf ein Battletome tatsächlich alle hinter uns gelassen haben, schauen wir uns endlich das an, worauf auch schon eine ganze Weile gewartet worden ist, nämlich die große Frage, was zum Teufel ist in den Reichen der Sterblichen gerade eigentlich aktuell los, was tun die einzelnen Kriegsparteien, was tun die einzelnen großen Figuren und das sind also jetzt die Zusammenfassungen in Age of Sigmar erklärt für die vier Broken Realms Bände. Wann wir da genau durch sind, kann ich tatsächlich nicht sagen, vermutlich wird uns das aber bis nach Weihnachten beschäftigen. Wir gucken einfach mal, was wir dann zwischenzeitlich noch so reinwerfen können, wenn es zu langweilig werden sollte. Die erste große Figur, die ihre Schachzüge in der Broken Realms Reihe machen darf, ist keine geringere als Morathi und vermutlich hat es auch niemand sonst so sehr verdient wie sie. Sie betrachtet die aktuelle Situation, in der die Welt gerade steht und erkennt, dass es jetzt vielleicht der Moment ist, an dem sie ihre Pläne endlich umsetzen kann, die großen Pläne selbst zu einer Göttin zu werden, wenn die Reiche der Sterblichen ihr das schon verwehrt haben. Sie sieht, dass in den acht Punkten tatsächlich eine Offensive der Untoten stattgefunden hat, die so erfolgreich war, dass der Arx Terminus, die gigantische Festung der Osiak Bone Reapers, nun dort steht und auch nicht von den Truppen von Archeon erobert werden kann. Und bekommt auch von ihren Shadowstalkers, die sie dort als Spione hat, mitgeteilt, dass Archeon selbst sich sehr weit zurückgezogen hat, niemand so genau weiß, was er tut und glaubt, dass das nun die perfekte Möglichkeit wäre, um dort zu agieren. Denn jetzt endlich hat Morathi ihre eigene Situation wieder im Griff. Wie alle anderen Bereiche der Reiche der Sterblichen hatte natürlich auch sie unter den Seelenkriegen stark zu leiden. Die Nighthorns haben sich bis Ulgu durchgeschlagen oder sind direkt dort entstanden, wie auch überall sonst dort, wo tote und verzweifelte Seelen gefunden werden könnten. Und die Situation in Ulgu zeichnete sich am Anfang als äußerst kompliziert ab. Zwei Städte mit großen Tempeln, Hagyethra und Kalkaron, wurden von Arkham the Black selbst höchstpersönlich geschleift. Und nur dadurch, dass Morathi ihre Truppen absolut gnadenlos führte und teilweise selbst in ihrer Form als Shadow Queen eingriff, war sie in der Lage, diesen Angriff zurückzuschlagen und langsam aber sicher erste Erfolge zu verzeichnen. Und dabei war ihr natürlich auch bewusst, dass ihre eigene Gottwerdung auch wichtig wäre, um ihre eigene Vorherrschaft in Ulgu weiter zu zementieren. Denn sollte so jemand wie Nagash auftauchen und selbst in den Krieg eingreifen, wäre sie jetzt noch nicht in der Lage, ihn zurückzuschlagen. Und das ist etwas, was sie natürlich unbedingt möchte. Und so hat sie ihre Spione nach Wissen suchen lassen, in sämtlichen Bereichen der Welt. Sie sollen ihr das zurückbringen, von dem sie glaubt, dass es für ihre Pläne wichtig sein könnte. Und so kommen schließlich die größten der Neuigkeiten nach Hagnar, nämlich die Berichte über den Reichstein von Archeon, der nur an den Achtpunkten selbst ist und dort komplett neu entstanden ist, nachdem das Chaos dort die Kontrolle übernommen hat, das sagenumwogene Varanit. Morathi hat es noch nie selbst gesehen, aber das, was sie von seiner Macht hört, gibt ihr das Gefühl, dass es vielleicht notwendig und wichtig sein könnte. Und wenn es nur darum geht, dem Chaos diese Machtquelle abzugraben, wäre das schon äußerst groß in einem Sieg für sie. Aber hauptsächlich möchte sie es haben, um damit experimentieren zu können. Und sie will die Macht, die in ihm wohnt. Denn sie weiß durch ihre Spione, dass es die schnellsten Chaos-Mutationen in den Reichen der Sterblichen mit sich bringen kann, sobald es jemand berührt. Es ist Chaos in reinster Form, fließend und kochend heiß. Und daraus werden derartig mächtige, chaosmagische Gegenstände geschaffen, dass eine Mutation für sie oder vielleicht für den Gott, den sie mit anderen Elfgöttern eingesperrt hat, auf einmal möglich erscheint. Sie lässt ihre Getreuen also sich weiter umhören, um ihr noch mehr Informationen zu bringen. Und schließlich kommt man zurück und berichtet ihr von Varantaks Schlund. Laut ihren Spionen sei dies der beste Ort, um dort nicht nur anzugreifen, sondern auch, um an so viel Varanit zu kommen, wie sie es brauchen könnte. Der Abbau von Varanit selbst stellt sich nämlich als äußerst problembeladene Sache dar. Dort ist ein riesiges Vorkommnis, welches im Skelett eines längst toten Drachen von den Chaos-Anhängern entdeckt worden ist. Und dort hat Archeon selbst eine Schmiedevorrichtung errichten lassen, die ihresgleichen selbst an den Achtpunkten sucht. Er hat die Gornsemonas selbst dorthin geschickt, um den Abbau voranzutreiben, denn hier können sie das Varanit in reiner geschmolzener Form finden, wodurch es ihnen möglich war, einen Abbau mittels Bohrwürmer vorzunehmen. Dies sind derartig verdorbene und bereits verwachsene dämonische Wesen, dass sie das Varanit einfach in ihren Körpern aufnehmen und transportieren können, ohne derartig grauenvoll zu mutieren, dass sie für ihre Arbeit völlig nutzlos sind. Was das regelmäßige Schicksal der Sklaven ist, die man in diese Minen schickt, um das Varanit abzubauen oder bei der Veredelung mit Dämonenblut zu helfen. An der obersten Ebene, dort wo die Bohrwürmer es dann ausscheiden, wird es extrahiert und aufbereitet, um Archeons großem neuen Plan helfen zu können. Denn er möchte das Reichstor nach Asyr selbst aufsprengen, das von den Achtpunkten aus in die heiligen Hallen des Gottkönigs führt. Er hat es damals versiegeln lassen, als er sich nach der Schlacht der brennenden Himmel zurückzog und derart mit heiligen Steinen und Siegeln verziehen lassen, dass kein Chaoskrieger es jemals aufsprengen könnte. Nicht einmal Archeons Macht selbst war ausreichend genug, um dem Meteor-Tor tatsächlich Schaden zufügen zu können. Nun aber, wo er derartig viel Varanit hat und es mit Dämonenblut vermischen und anreichern lassen kann, hat er auf einmal eine Substanz, die er zum Meteor-Tor transportieren lassen kann und die er auf dem Tor aufbringen lassen kann. Diese verdorbene Substanz beginnt nun in die Struktur einzusickern, egal ob es einfacher Stein ist, etwas, was mit heiligen Zaubern von Asyr verstärkt wurde oder was mit Sigma-Siegeln selbst umgeben worden ist. Es ist ein langes, mühsames Werk, aber die Chaosmagie, die reine, die in diesem Reißstein tobt, frisst sich mit jedem Tag, der vergeht, ein klein wenig mehr in das Tor vor und sollte dies einfach so weiter ablaufen können, wird der Tag kommen, an dem das Meteor-Tor einfach zerbröselt, erneut aufspringt und die Chaos-Armeen von Archeon angeführt selbst nach Asyrheim einfallen können, um dort vielleicht dem Gottkönig endlich das Ende bringen zu können, nachdem der Everchosen sich so sehr sehnt. Sigmar selbst ahnt, dass irgendetwas auf der anderen Seite des Reichstors passiert, kann aber selbst nicht genau feststellen, was das Problem ist und versuchte natürlich nun seinerseits Selbstspione an den Achtpunkten einzuschleusen, war dabei aber äußerst, ja, unerfolgreich, muss man fast schon sagen. Denn die Achtpunkte selbst sind derartig von Chaosmagie erfüllt und verdorben, dass jeder normale Mensch, jeder einfache Sterbliche, den Sigmar schickt, dort nach wenigen Schritten entweder von Chaosdämonen zerfetzt wird, vom Land selbst verschlungen wird oder schlicht und ergreifend wahnsinnig wird, weil er die Mächte des Chaos, die dort so unvermittelt toben, einfach nicht aushalten kann. Schickt er seine Stormcast, selbst wenn sie zu den sakrosanten Kammern gehören, jenen, die eigentlich speziell dafür ausgebildet worden sind, derartige Missionen zu überstehen, sind sie ebenfalls nicht sonderlich erfolgreich. Denn das Chaos wird von ihrer Anwesenheit selbst angezogen. Selbst wenn sie sie nicht sehen, wenn sie ankommen, spüren sie die Mächte Asyrs auf einmal in den Ebenen pulsieren und dann kriecht alles heraus, was schnell genug reagieren kann, um Vernichtung über die Feinde zu bringen, die man so sehr verabscheut. Morathi aber und diejenigen, die erfolgen, sind weitaus subtiler. Sie sind besser vorbereitet und besser darauf angepasst, sich in den Schatten der Welt zu bewegen. Morathi selbst hat dafür Sondertruppen, die sogenannten Shadowstalkers. Dies sind Daughters of Cain, die sie eigenhändig mit dem Schattenmal gezeichnet hat, etwas, das sie als Segen von Morathi selbst betrachten, auch wenn es eigentlich Verderben für jede Daughter of Cain bedeutet, die damit gezeichnet wird. Sie bekommen dadurch gewaltige Möglichkeiten, wie die Befehlsgewalt über die Schatten selbst und die Möglichkeit, im Schattennetz zu reisen. Adern aus Schattenmagie, die die Reiche selbst verbinden und komplett durchziehen, die aber nur von denen bereist werden können, die völlig eins geworden sind mit der Magie von Ulgu. Dieses Geschenk fordert aber einen hohen Preis an Seele und Körper. Beide werden immer geisterhafter, verblassen, verschwinden schließlich, bis sie nahezu nicht mehr zu sehen sind und von der eigentlichen Daughter of Cain nicht mehr mehr übrig ist, als der Schatten, den Morathi selbst befehlen kann. Für Morathi sind sie wundervolle, perfekte Spione und vor allem eine Möglichkeit, jene Daughters of Cain loszuwerden, die vielleicht zu viele unangenehme Fragen stellen. Die Reste der Daughters of Cain, die das betrachten, sehen darin, wie gesagt, einfach nur eine Ehre und begreifen nicht, dass es eine weitere Möglichkeit ist, das Oracles of Cain, ihre Daughters of Cain, derartig zu befehligen und zu manipulieren, dass sie jederzeit genau das tun, was sie von ihnen will. Morathi betrachtet nun also die Informationen über den Schlund und über das Varanid und erklärt auf der Stelle das Varanid zum Blut von Cain. Es ist eine heilige Flüssigkeit, die den Ungläubigen unbedingt entrissen werden muss und dann kann sie endlich eine Göttin werden, denkt sie. Das ist natürlich der Teil, den sie den Daughters of Cain nicht erzählt. Sie stachelt sie nur damit an, dass das Chaos einen Teil ihres Gottes hat, einen Teil, den sie so unbedingt brauchen, damit Cain endlich in die Welt zurückkehren kann. Was sie antreibt, ist nicht nur der Drang, der Wille, eine Göttin zu werden und den rechtmäßigen Platz in der Welt einzunehmen, von dem sie glaubt, dass er ihr zusteht. Nein, sie möchte auch die Rache an Nagash, der sie damals derartig gedemütigt hat. Sie möchte Tyrion und Teklis auf ihre Plätze verweisen, die sie nie anerkannt haben. Und sie will endlich größer sein als Malarion, ihr im Moment so sehr gehasster Sohn, der sie an einen winzig kleinen Ort in Ulgu verbannt hat. Denn wenn sie selbst eine Göttin ist, dann wird ihr Imperium größer werden als das ihres Sohnes. Und sie braucht nicht mehr vor Sigmar zu buckeln, dem tumpen Gottkönig, dem sie immer ein schönes Lächeln schenken muss, obwohl sie ihn doch derart verachtet, weil er in ihren Augen nichts weiter ist als ein großer Trottel, ein Barbar, der mehr Macht hat, als er eigentlich haben sollte. Sie weiß aber auch, dass sie die Achtpunkte selbst nicht angreifen kann. Die Daughters of Cain würden dort schlicht und ergreifend untergehen. Sie braucht Verbündete und da ist dann der tumbe Gottkönig und seine Stormcast Eternals auf einmal doch die perfekte Möglichkeit, die sich für sie auftut. Sigmar selbst ist zwar misstrauisch, denn Tyrion und Teglis waren immer äußerst deutlich, was ihre Meinung zu Morathi angeht, aber die Informationen, mit denen das High Oracle of Cain an seinen Hof in Asyrheim kommt, sind derartig brisant, dass er sie einlädt und dass er ihr erst einmal zuhört. Er beruft einen Kriegsrat ein, an dem Morathi teilnehmen darf, und diese zeigt ihm die aktuelle Situation auf. Insbesondere berichtet sie über das Arx Terminus und darüber, dass der Everchosen kaum zu sehen war, nach der großen Schlacht gegen Katakross selbst. Sie macht ihm klar, dass dies ein perfekter Zeitpunkt sein könnte, um zuzuschlagen, um das Varanid irgendwie aus den Achtpunkten herauszuschaffen und um Archeon damit eine Niederlage zuzufügen, von der der Everchosen sich vielleicht so schnell nicht erholen kann. Sie weiß aber auch, und das weiß vor allem Sigmar, dass die Armeen der Ordnung gerade derartig unter Belastung stehen, dass selbst wenn die Stormcast Eternals und die Daughters of Cains losziehen sollten und eine derartig große Streitmacht gemeinsam bilden könnten, wie die Reiche der Sterblichen sie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen haben, sie derartig schwere Verluste einfahren würden, dass der Sieg sich vielleicht überhaupt nicht lohnen würde. Denn egal, wer an die Achtpunkte kommt, er wird immer in der Unterzahl sein, zumal Nagash noch eine andere Front eröffnet hat, nicht nur an den Achtpunkten, sondern auch in den anderen Bereichen der Reiche, und dort tobt weiter ein immer stetiger Krieg. Sigmar hat deswegen große Zweifel, ist nicht sehr sicher, überlegt auch die ganze Sache überhaupt nicht anzugehen, da es schlicht und ergreifend sich doch nicht zu lohnen scheint, aber Morathi und ihre Honigzunge Honigzunge wickeln den Gottkönig ein. Sie erzählt ihm genau das, was er hören muss, erzählt ihm von einem schnellen Schlag, den ihre Agenten vorbereiten könnten, der dann von seinen mächtigen Kriegern und ihren Witch-Elfs durchgeführt werden könnte, und ehe Archeon selbst überhaupt begriffen hätte, was über ihn kommen würde, wären die Armeen doch schon wieder von den Achtpunkten verschwunden. Denn Varantaks Schlund selbst müsste doch gar nicht zerstört werden, man könnte diese großen Minenkomplex einfach stehen lassen. Was man nur tun müsste, wäre das Varanid zu stehlen oder den Zugang dafür, für Archeon selbst zu vernichten. Morathi selbst bietet sogar an, sich dorthin zu begeben und mit der Hilfe der sakrosanten Kammern und ihrer eigenen Magie ein Portal in die Ätherlehre zu erschaffen. Und wenn dann das Varanid selbst in die Ätherlehre abfließt, ist es verschwunden, kann nie wieder von irgendjemandem benutzt werden und dann würden sie sich durch ihre Magie zurück nach Asylheim oder Ulgu teleportieren und alles wäre gut. Sigmar zögert er, weiß, dass sie Recht haben könnte er, verspürt auch keine wirkliche Abneigung gegen Morathi, vertraut er aber schlicht und ergreifend nicht genug, denn selbst der naive, vertrauensselige Gottkönig hat mittlerweile begriffen, dass sie manipuliert und lügt, wenn sie den Mund öffnet und er selbst hat gelernt, was Diplomatie ist, seitdem er Galmaraz abgegeben hat und sich rein darauf beschränkt, die Welt um sich herum zu regieren. Aber er hat keine anderen echten Verbündeten mehr. Die Elfgötter sind beschäftigt. Er hat von Tyrion und Teklis seit einer Ewigkeit nichts mehr gehört und Alariel kämpft gegen die Truppen von Nurgle und ist in Gairan selbst derartig an den Rand gedrängt worden, dass er weiß, dass sie ihre Sylvaneth nicht schicken wird. Also bleibt ihm nur Morathi, bleibt ihm nur der Zwang, dieser Schlangenfrau zu vertrauen. Und so hört er auf sie und beginnt, seine Truppen anzufordern. Er holt die Hammers of Sigmar und die Hollowed Knights an seine Seite. Morathi bittet um ganz bestimmte Truppen. Sie will die Anvils of Heldenhammer, die sie noch von früheren Kriegen kennt, als ihre Daughters of Cain Seite an Seite mit diesen Stormcast Eternals so erfolgreich gekämpft haben. Eigentlich haben die Anvils of Heldenhammer selbst kaum noch Kräfte übrig, denn in der Ambosswacht, dort wo sie kämpfen, brannten Truppen von Chaos und Untoten immer wieder an und müssen zurückgeschlagen werden. Aber der schwarze Nexus, diese Sondertruppe, sagt, sie könnten sich tatsächlich loseisen, auch wenn die Stadt dann nahezu schutzlos wäre. Und so kommen sie allesamt in Asyrheim zusammen, während die Shadowstalkers beginnen, alles an den Achtpunkten vorzubereiten und an einem ganz anderen Ort der Welt die Pläne des High Oracles of Cain umzusetzen. Denn Morathi ist bereits seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Artefakt, das sie damals im Zeitalter der Mythen das letzte Mal gesehen hat, in der Hand von Teklis selbst, die Okaria-Laterne. Er errichtete sie damals, als gebunden mit Licht aus Hysch selbst, das er vom Horizont abzupfte, um es in ein göttliches Artefakt zu weben, um die Seelen aus Slanisch Leib ziehen zu können, wenn sie den großen Gott dann dereinst gefangen haben könnten. Es ist das allererste Instrument, das die Elfgötter bauen, um Slanisch die Seelen der Elf zu entreißen. Und die göttliche Macht, die dort drin gebunden ist, ist derart groß, dass sämtliche körperlosen Seelen einfach zu diesem Licht hin streben, weil es ein Ausweg aus der endlosen Pein zu sein scheint, die sie in Slanisch Leib erfahren mussten. Er ist auch erfolgreich, es kommen körperlose Seelen, aber die ersten Elf, die Teklis damit findet, stellen ein großes Problem dar. Sie sind derartig gequält und deformiert, derartig abstoßend, dass er auf sie blickt und feststellen muss, dass es vielleicht doch nicht so einfach sein könnte, dass man andere Dinge tun muss, um das Volk wieder zu erwecken. Und diese neuen Kinder, die er nun geschaffen hat, die später unter dem Namen Idoneth Diebkin bekannt sein werden, will er eigentlich vernichten, da sie so nicht in der Welt bleiben könnten. Es ist Tyrion, der ihn davon abhält und seine Kinder versuchen, sich so schnell wie möglich von ihm zurückzuziehen, da sie Angst vor ihrem Gott haben, ihn ja dafür hassen, wie er sie anblickt, weil sie wissen, dass er sie abstoßend findet. Sie wissen aber auch von der Laterne und befürchten, dass er sie gegen sie einsetzen könnte, dass er sie dazu nutzen könnte, sie wieder in ein Licht zu ziehen, in dem sie dann elendiglich verbrennen würden. Und so planen sie, das Ding zu stehlen, schaffen es tatsächlich einzudringen und können mit der Okaria-Laterne selbst ins Meer verschwinden, wo sie beginnen, ihre Reiche aufzubauen und dann zu den Idoneth Diebkin zu werden, die man heute kennt. Die Laterne selbst verbergen sie in einem eigens dafür geschaffenen Tempel im Graben der Maithnarsee, dem Sardanoi, das so tief ist, dass das Licht der Laterne selbst verborgen werden kann und es nur an wirklich besonderen Nächten, wenn die See sehr, sehr still ist, ein klein wenig nach oben leuchtet, aber für all jene, die nicht wissen, was es ist, ein völlig bedeutungsloses, seltsames Geisterlicht aus der Tiefe darstellt. Sie stellen gigantische Ungeheuer ab, um die Laterne zu bewahren, um den Schatz, der ihnen vielleicht den Untergang bringen könnte, in Vergessenheit bringen zu lassen, aber Maithi weiß, dass er irgendwo sein muss. Maithi weiß, dass die Laterne Seelen anziehen kann und sie braucht sie für ihre Pläne. Und so schickt sie erneut ihres Shadowstalkers aus, die sich mit den Scorch-Privateers zusammenschließen, Piraten, die in den Cities of Sigmas leben und mit denen Maithi mehrere Pakte geschlossen hat, mit denen sie sich, wenn man das bei ihr sagen kann, eigentlich sehr gut versteht. Und sie hören auf den Wunsch des High Oracles of Cain und jagen Legenden nach, die es gibt über das Licht, das in der See zu finden ist, und über elf, die aus dem Nebel, aus dem Nichts kommen, Dörfer überfallen und sich dann einfach dorthin zurückziehen. Und schließlich sind die Privateers tatsächlich erfolgreich. Sie können einen Idoneth-Priester gefangen nehmen und foltern ihn derart, dass er den Geheimsten aller Orte der Idoneth schließlich doch verrät. Diese Neuigkeiten werden Maithi zugetragen, die ekstatisch ist über diese Sache, denn sie dachte, dass die Laterne vielleicht nie gefunden werden könnte. Und sie braucht sie derart dringend, dass sie auf der Stelle ihre Shadowstalker losschickt, denn sie sind die einzigen, die den Seedruck überleben könnten, dort unten in dem Graben, von dem die Idoneth-Diebkin selbst glauben, dass er vielleicht einen direkten Übergang zur Ätherlehre selbst hat. Sie schaffen es, über das Schattennetz einzudringen und ganzes 60 Shadowstalker kommen schließlich dort an und finden diesen Tempel und dann auch das heilige Artefakt, das sein Licht ganz strahlend in die Welt wirft. Aber auch für sie, die in der Dunkelheit leben, deren Körper und deren Seelen so sehr von der Schattenmagie Ulgus verzehrt worden sind, ist diese Laterne fast so scheußlich wie für die Idoneth-Diebkin selbst. Ein Shadowstalker nach dem anderen verbrennt unter dem Licht und nur eine einzige schafft es schließlich, ihre Finger um das Artefakt zu legen, während ihre Augen von dem grellen Licht der Laterne vollständig verbrannt werden. Die Haut an ihren Fingern wirft Blasen, aber sie schafft es, das Ding so sehr zu umklammern, dass sie es mit in das Schatzennetzwerk ziehen kann und dann überbringt sie es Morathi, die mit Begeisterung auf das blickt, was ihre Daughters ihr gebracht haben und dabei völlig ignoriert, unter welchen großen Verlusten Mann ihr das bringen musste, denn dafür hat sie die Daughters schließlich in die Welt geworfen und wahrscheinlich sind einige der Shadowstalker, die dort auf ewig vergangen sind, gar nicht so sehr vermisst in ihrem Herzen, haben sie jedoch wahrscheinlich nur Probleme gemacht, da sie zu viel Fragen stellten oder gar am High Oracle selbst zweifelten. Und das ist nicht die einzige Sache, die das High Oracle auf Cain hinter Sigmas Rücken tut. Ohne sein Wissen reist sie mit einer Delegation zu Katakros, hin zum Arx Terminus selbst, um einen Knochenpakt mit ihm und seinen Bone Reapers zu schließen. Im Gepäck hat sie Knochen, die derartig besonders sind, dass der Mortarch der Nekropolen vermutlich gar nicht anders kann, als zuzustimmen, denn sie sind so derartig durchzogen von der Schattenmagie von Ulgu, dass seine Mortisans so etwas noch nie in ihrem Leben gesehen haben und auch nicht in ihrem Unleben und er kann nur ahnen, was er daraus wird bauen lassen können. Sie reicht ihm diese Artefaktknochen und was sie von ihm möchte, ist, dass er einen Angriff gegen irgendeinen Teil der Chaos-Truppen startet, wenn sie mit ihren Verbündeten in den Achtpunkten ankommt, damit noch ein bisschen mehr Ablenkung passiert und ihr Vorhaben vielleicht erfolgversprechend sein kann. Katakros selbst willigt ein, zum einen gierig ob der besonderen Knochen, zum anderen ist der Abbau des Varanids natürlich auch für ihn ein Problem und jede Schwächung für Archeon bedeutet für ihn einen möglichen Sieg, für ihn einen möglichen, ja, herausragenden Tag, den er Nagash widmen kann und so willigt er natürlich ein und was er und Morathi beide wissen, aber nicht aussprechen, es ist eine Schwächung von Sigmars Armee, wenn die Anvils of Heldenhammer und die Hammers of Sigmar dort fallen und erst neu geschmiedet werden müssen und natürlich stimmt er auch deswegen zu, denn Sigmar hasst er immer noch mit allem, was ihn ausmacht, nur ist Archeon gerade eben das größere Ziel. Und so zieht Sigmar mit Morathi in den Krieg, ahnt vermutlich, dass sie tausende Dinge hinter seinem Rücken tut, weiß aber nicht genau, was sie plant. Das große Problem, vor dem sie beide nun aber stehen, ist, wie bekommen sie ihre Armeen an die Achtpunkte? Sigmar kann die Stormcast Eternals nicht wie üblich in die Welt schicken. Würde er versuchen, Blitze aus Asyrheim selbst zu schleudern, würden diese niemals an den Achtpunkten ankommen, da die Chaos-Energie an diesem Ort derartig groß ist, dass die Blitze einfach nur völlig sinnlos vergehen würden und niemand wüsste, was mit den Seelen der Stormcast Eternals passieren würde. Und ansonsten gibt es keine Reichstore, die man benutzen könnte. Man kann nicht durch das von Sha'ish reisen und dann blickt man auf das von Alariel, die zu Beginn wirklich nicht möchte. Denn sie hat unter großen Anstrengungen im Rahmen der Seelen- und Reichstorkriege das Genesis-Tor, das von Gairan aus zu den Achtpunkten führt, versiegelt und versiegeln lassen und will nun wirklich keine Öffnung riskieren, durch die erneut Chaos-Armeen nach Gairan einfallen könnten, vor allem, weil sie an ihren höchsten Punkten immer noch gegen die Truppen von Nurgle selbst streiten muss. Es ist erneut die geschickte Zunge von Marathi und die honigsüßen Worte, die die große Hexe spricht, die es schließlich schaffen, dass Alariel einwilligt, dort, wo Sigmar einfach scheitern muss. Denn Marathi hat ihr geholfen. Sie hat viel gegen Nurgles Armeen in den Kampf geschickt. Die Daughters of Cain haben sich als wertvoller Verbündeter erwiesen. Das ist zwar auch etwas, was Sigmar für seine Stormcast Eternals sagen kann, aber darüber hinaus verbindet Marathi und Alariel doch noch eine andere Sache. Zwar hat Alariel nicht mehr sehr viel Verbindungen zu den Elf selbst, hat sie doch ihr eigenes Volk geschaffen, aber manche der Waldelfen sind doch noch immer Teil ihres Volkes und Marathi macht ihr klar, dass Tyrion und Teglis nicht sind, auf was man sich gerade verlassen kann. Sie beide sind die einzigen Elfgötter, die gerade irgendetwas für ihr Volk tun und wie könnte sie sich denn davon abwenden? Und das ist es nun, was Alariel dazu bewegt, sich tatsächlich der Sache anzuschließen oder zumindest dafür zu sorgen, dass das Genesis-Tor so geöffnet wird, dass die Truppen der Ordnung hindurchschreiten und die Achtpunkte angreifen können. Der Torbogen ist auf der anderen Seite durch das Chaos stark geschützt. Archeon ist immer darauf vorbereitet, dass eines Tages irgendeine Armee der Ordnung versuchen könnte, dort anzugreifen und dementsprechend hat er nicht nur eine große Armee von Slaves to Darkness dort positioniert, sondern hat auch mehrere Dreadforts dort bauen lassen, die dafür sorgen sollen, dass jeder Angriff schlicht und ergreifend an ihnen bricht. Was nun aber als erstes über die dort stationierten Chaos-Truppen kommt, sind nicht die Truppen der Ordnung selbst, sondern es ist blankes Wasser. Alariel selbst nutzt die Wasserfälle des Genesis-Tors, spült diese Wassermassen durch das nun geöffnete Tor hindurch und sämtliche Festungen und Chaos-Krieger sind mit einem Mal unter einem Tsunami reinigender Macht von Gairan gefangen. Dort, wo das Wasser auf dem Boden aufkommt, blüht auch das erste Mal wieder echtes, reines, unkorrumpiertes Leben an den Achtpunkten auf und die Armeen der Ordnung betreten die Achtpunkte auf einem Teppich von weichem, angenehmen Gras, ehe sie auf die Truppen des Chaos blicken, die sich ihnen nun entgegenstellen. Es sind die Hammers of Sigma und die Daughters of Cain, die den ersten Vorstoß bilden und sie greifen auf der Stelle all das an, was von den Dreadforts selbst noch übrig ist. Jene Slaves to Darkness, die noch in der Lage sind, eine Waffe zu führen, haben keine wirkliche Chance und werden in einem einzigen konzentrierten Angriff ausgelöscht, auch wenn sich hier in den ersten Tagen bereits etwas zeigt, das vielleicht noch ein Problem werden könnte, denn die Moral der Stormcasts und ihre Art, Krieg gegen den Feind zu führen, beißt sich erstaunlich mit den blutigen Praktiken der Daughters of Cain, die ihren noch lebenden Feinden teilweise die Herzen aus der Brust reißen, um sie dann in ihre Blutkessel für Cain zu opfern, während die Stormcasts Eternals verwirrt und teilweise auch abgestoßen daneben stehen, nicht ganz sicher, wie sie damit umgehen sollen. Es ist der Lord Salasthan Nihilat, der dort selbst ausgeschickt worden ist, der nun versucht, seinen Truppen mitzuteilen, dass sie damit umgehen müssen, aber der sich jetzt schon darüber Gedanken macht, dass er dereinst mit Sigmar wird darüber reden müssen, dass das vielleicht kein dauerhaftes Bündnis sein kann oder die Daughters of Cain sich zumindest zusammenreißen müssen, wenn sie mit den Stormcasts kämpfen müssen. Die Cauldrons der Daughters of Cain aber sind voller Blut und es ist der Moment, in dem Morathi selbst auf dem Schlachtfeld erscheint. Unter dem Jubel ihrer Töchter erklärt sie, dass der erste Teil des Plans erfolgreich war und dass sie sich nun alle aufteilen müssen, um an ihre verschiedenen Punkte zu kommen. Denn während die großen Truppen der Stormcast Eternals und der Daughters of Cain versuchen sollen, große Ablenkungsmanöver direkt an den Minen zu veranstalten, wird sie selbst mit einem Teil der unantastbaren Kammern der Anvils of Heldenhammer durch undurchdringliche unterirdische Wege sich auf den Weg machen, um direkt dort herauszukommen, wo das Varanid abgebaut wird, während noch ein weiterer Trupp einen kleinen Schlenker machen soll, um schließlich dem Feind in den Rücken fallen zu können, dort wo die großen Ablenkungsschlachten toben. Die unantastbaren Kammern der Anvils bekommen aber von Sigmar selbst natürlich einen weiteren Auftrag. Sie sollen darauf achten, ob Morathi ihr Wort hält und wenn irgendetwas eigenartig sein sollte, auf der Stelle nach Asylheim zurückkehren, um von ihrem möglichen Verrat zu berichten, denn natürlich vertraut Sigmar ihr auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht ganz. Die Truppen setzen sich nun zügig in Bewegungen, damit keinerlei unnötige Pause ihren Erfolg zum Stocken bringen könnte, dabei werden sie aber von jemandem beobachtet, den sie selbst nicht auf dem Schirm hatten, einem Herald auf Slanisch Glavia Sündenherz. Er, der seit einer Ewigkeit auf der Suche nach seinem Herrn ist, der immer daran glaubt, dass er ihn eines Tages finden kann, wo auch immer er eingesperrt wurde und der in den Träumen seiner Opfer in den letzten Wochen und Monaten Zeichen und Visionen finden konnte, die ihn vor allem eine Sache zeigten, eine große in Gold und Rot gekleidete Schlange, die das Gesicht einer wunderschönen Elffrau trägt, die sich auf den Weg macht, um etwas an den Achtpunkten zu tun und dies sollte dazu beitragen, dass sein Herr wieder ein wenig in die Welt treten kann und so macht Sündenherz sich ekstatisch auf den Weg, um zu beobachten, wohin diese Frau und die Truppen wollen und auch um die Achtpunkte ein wenig zu verteidigen. Die Truppen selbst können nun ohne Probleme wirklich immer weiter vordringen, dabei hilft vor allem, dass Katakros nun den versprochenen Angriff führt. Morathis Truppen sagen, dass es etwas Schönes ist, dass die Untoten nun ebenfalls ausbrechen. Man tut so, als wäre es ein großer Zufall und die Hammers auf Sigma und auch der Lord Celestan hinterfragen es nicht wirklich, denn es macht natürlich militärisch Sinn, dass Katakros nun den verhassten Chaosfeind ebenfalls angreift, wo er sieht, dass die Truppen der Ordnung sich bewegen, man wartet aber darauf, ebenfalls von den Untoten angegriffen zu werden. Für die Stormcast ist es trotz der Geschwindigkeit, mit der man sich vorwärts bewegt, aber durchaus schwierig, an diesem Ort zu kämpfen. Das Chaos wird von ihrem Licht angezogen, der Erzfeind des Chaos muss vernichtet werden, sie spüren die Anwesenheit der Stormcasts überall in der Luft und selbst das Land unter ihren Füßen beginnt sich gegen sie zu wenden, mutiert es doch stetig und mutiert es jetzt noch schneller, wo es wirklich einen Grund dafür hat. Manche Stormcasts werden einfach von mit Zähnen bewährten Gruben verschlungen, die sich auf einmal auftun, andere werden von Äxten, von mit einem Mal auftauchenden Chaos-Barbaren oder sogar Chaos-Lords zerhackt und es ist wahnsinnig zermürbend für die Truppen, denn auch die Daughters of Cain kommen mit dem, was ihnen entgegengeworfen wird, nicht wirklich gut zurecht. Sie versuchen sich an das zu gewöhnen, was ihnen passiert, aber eine Sturmkammer fällt schließlich komplett, weil sie einfach dem Ansturm des Feindes nicht gewachsen sind. Man schafft es aber, trotz dezimierter Zahlen am Ziel anzukommen und trennt sich nun endgültig auf, um den geheimen Plan umzusetzen. Ein Teil der Truppen verschwindet, um einen Hinterhalt zu legen, während der Lord Celestan selbst seine Truppen weiter vorantreibt und Morathi befindet sich längst unter Tage, um dort an einem ganz anderen Schwachpunkt ihren Plan umzusetzen. Sie bewegt sich mit den Anvils of Heldenhammer und ihren Witch-Elves durch finstere Tunnel voller Kreaturen des Chaos, die derartig degeneriert sind, dass sie manchmal nicht einmal mehr eine echte erkennbare Form haben, die aber immer hungrig sind und derartig verschmolzen mit den Schatten, dass sie schnell daraus zugreifen können und einer nach dem anderen verschwindet mit einem lautlosen Schrei in der Dunkelheit der Tunnel. Morathi lässt sich davon aber nicht abhalten, sie bleibt, folgt den Glüphen, die ihre Shadow-Stalkers an die Wände gezeichnet haben, um dem High Oracle of Cain zu zeigen, wo ihr Ziel liegt und schließlich findet sie mit den verbliebenen Truppen die Grube des Varanids. Sie blicken auf Sklaven und die Aufseher, auf blutrotes, flüssiges Varanid, das sich dort durch den Boden hindurchbohrt, der ständig weiter mutiert, immer dort, wo er mit der verdorbenen Flüssigkeit in Berührung kommt. Sie blicken auf die Bohrwürmer und deren grauenvoll aufgedunsene Leiber, durch die das Varanid nach oben fließt und auf die verdrehten Gerätschaften des Chaoses, die in anderen Punkten der Achtpunkte geschaffen worden sind in den ewig laufenden Schmieden, die Archeon hat in diese Welt bringen lassen. Sie sehen auch, dass die Ablagerung dort fast erschöpft ist, Morathi sieht aber auch gleichzeitig, dass die Bohrwürmer noch nicht abgelassen worden sind, dass sich in ihren Leibern noch genug befindet, damit sie es nutzen kann und weiß, dass sie zum perfekten Zeitpunkt gekommen ist, um sich das zu nehmen, was ihr zusteht. Sie schickt die unantastbaren Kammern in den Kampf, die Anvils of Heldenhammer erheben ihre Waffen und versuchen, so lange für Ablenkung zu schaffen, bis Morathi es geschafft hat, ihren Zauber zu wirken. Und sie beginnt auch mit dem Wirken eines Zaubers. Sie ruft die Magie von Ulgu in die Welt, allerdings völlig anders als eigentlich abgesprochen. Denn sie bildet wenig überraschend kein Ätherportal, um irgendetwas in die Leere reißen zu können, wo sie es auch nicht mehr berühren kann. Nein, sie webt eine Illusion, die auch den Geist der Stormcast Eternals verwirren soll. Sie webt ein Bild, ein Gemälde einer Schlacht, in der sie treue Verbündete sind, in der völlig unvorhergesehene Dinge passieren, wie das Durchbrechen eines vierten Bohrwürms durch die Wand, während sie selbst ganz tapfer versucht, das Portal aufzureißen, das in die Leere füllt. Und die meisten Stormcasts sehen auch genau das. Nur die Lord Arcanum, die dieses Chapter anführt, erkennt die Lüge. Denn ihre Augen sind darauf trainiert, durch die Magie zu blicken und zu verstehen, was an kleinen, seltsamen Unregelmäßigkeiten passiert. Zudem wurde sie ja extra dafür ausgesandt, um dafür zu sorgen, dass sollte Morathi Verrat üben, auf der Stelle jemand Sigmar Bescheid gibt. Und so will sie den Verrat gerade in die Welt rufen, will ihre Truppen warnen und dann spürt sie einen stechenden Schmerz in ihrer Bauchgegend und sieht eine Shadowstalker, die ihr einen Dolch in den Leib gerammt hat. Eine Vergiftung mit Schattensteinsplittern beginnt nun auf der Stelle sich durch ihren Körper zu bewegen. Sie wird zu schwarzem Kristall, einer Statue, in der ihr Geist gefangen ist und sie kann nur dabei zusehen, wie ihre Truppen von den Chaos-Barbaren, die nun immer zahlreicher werden, in Stücke gerissen werden, während sie selbst leiden muss und weiß, dass sie nicht nach Asyrheim zurückkehren kann, solange sie hier so gefangen ist und sie weiß, dass sie ihren Gottkönig nicht vor dem Verrat von Morathi warnen kann. Morathi selbst lässt nun die Blood-Cauldrons, die man extra dafür mitgebracht hat, unter die Würmer bringen, schneidet sie auf und aus den schreienden, kreischenden Kreaturen ergießt sich das Varanid direkt in die Cauldrons. Diese können nicht überfließen mit der neuen Substanz, dem flüssigen Reisstein, den man nun gewinnt, denn sie sind direkt verbunden mit dem Kessel in Hagnar und das Varanid fließt nun direkt dorthin nach Ulgu, wo Morathi es dann, wenn sie dorthin zurückgekehrt ist, benutzen möchte. Und dann beginnen sie mit ihrem Rückzug, lassen die Anvils auf Heldenhammer zurück, scheren sich nicht um das, was mit ihren Verbündeten passiert, denn sie haben das, wofür man sie mitgenommen hat, nun schließlich einfach erreicht. Sie sind nutzlos geworden und Morathi kann tun, was sie möchte. An der Oberfläche selbst sieht es für die Stormcast Eternals ähnlich problematisch auf, denn sie treffen nun, wie es ja auch Teil des Schlachtplans war, auf die Chaos-Armee, die Archeon wie Everchosen aufgestellt hat, um diesen Ort zu bewachen. Zwar ist der Everchosen selbst nicht vor Ort und man dankt dem Gottkönig dafür, allerdings ist die Armee selbst riesig gigantisch und man weiß nicht genau, wie lange man in der Lage sein wird, gegen sie zu bestehen. Die einzige Frage ist also, werden sie in der Lage sein, lang genug durchzuhalten, damit das Ritual zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden kann und damit der Sieg für die Truppen der Ordnung nach Hause gebracht werden kann. Der Lord Sallastan selbst zögert keinen einzigen Augenblick, er gibt das Zeichen zum Angriff, vertraut auf die Informationen, die ihm die Shadowstalkers gebracht haben und er vertraut auf den Segen des Gottkönigs, von dem er glaubt, dass er ihn selbst an einem verdorbenen Ort wie hier erreichen kann. Denn worauf er nun hofft und worauf er glauben kann, ist, dass der Lord Veritant Kaiser van Brecht auf dem Umweg, auf den man ihn geschickt hat, bereits so weit ist, dass er als Verstärkung völlig für den Feind unvorhergesehen in dessen Flanke brechen kann. Und es sind wahrscheinlich weniger die Informationen der Daughters of Cain, denen er schließlich misstraut, die ihn beruhigen als mehr die Figur Kaiser van Brecht selbst. Er ist dafür bekannt, ein erfolgreicher Jäger von Dämonen, Hexen und Todeskulten zu sein, jemand, der keine Mühe scheut, um die Paktierer aufzutreiben, der Sigmars Vertrauen selbst besitzt, ein Anvil of Heldenhammer, der dabei zusehen musste, wie seine eigene Familie nach seiner Neuschmiedung dem Soulblight-Fluch unterfiel und der nun geschworen hat, jeden einzelnen Vampir auszulöschen, der Teil seines Clans ist, damit diese Schande aus der Welt getilgt werden kann. Jemand, der dafür bekannt ist, dass nichts und niemand ihn auffällt und wenn Kaiser van Brecht versprochen hat, pünktlich zur Schlacht da zu sein, dann wird er dieses Versprechen auch halten. Auf der anderen Seite nun, von den Truppen des Chaos, blickt Roka Gresh, ein Idolator-Lord, auf die Situation und er ist jemand, den Archeon handverlesen ausgewählt hat, da er selbst derartig wahnsinnig ist, dass er an einem Ort, an dem Varanit abgebaut wird, durchaus bestehen kann, dort, wo andere Chaos-Lords vielleicht doch derartig verrückt werden würden, dass sie nicht mehr in der Lage wären, eine Armee zu führen. Denn das, woran Roka glaubt, ist, dass er die Verkörperung des Zorns der Chaosgötter selbst darstellt und er in seinem Wahnsinn aber auch nie vergisst, wie wichtig das Varanit ist und wie wichtig es ist, dem Befehl des Everchosens zu folgen. Zudem wird er von Sündenherd selbst gerade manipuliert, denn dieser ist bis zu ihm durchgedrungen und hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die Armeen der Ordnung auf ihn zu marschieren. Er sagt ihm aber auch, dass er noch ein wenig warten soll, bis er in den Krieg selbst eingreift, dass er den ersten Ansturm abwarten soll, denn erst danach kann er erfolgreich sein, geleitet von den Visionen und Träumen und den Vorstellungen dessen, was passieren muss, damit Slanisch endlich in die Welt zurücktreten kann. Und es ist auch einfach für Roka, sich darauf einzulassen, denn er weiß, dass noch jemand weiteres einen großen Blick auf das hat, was an diesem Ort passiert, der Gorn-Somona selbst den Archeon hierher geschickt hat, um den Abbau des Varanids zu überwachen und durch die Bohrwürmer überhaupt erst möglich zu machen. Und dieser Anhänger von Zinich sieht mit einem lächelnden Auge auf das, was sich ihm gerade bietet und weiß, dass die erste Welle noch abzuwarten ist und dass er danach seine verdorbene Magie in die Welt werfen kann, um diese Armee vollständig auszulöschen, auf eine Art und Weise, auf die seine Gegner selbst überhaupt nicht vorbereitet sein könnten. Für diese ist die erste Welle kein wirkliches Problem, denn das sind einfach noch einfache Slaves to Darkness, aber dann greift doch Grash zusammen mit dem Sündenherd selbst als Gegner ein und vor allem der Gorn-Somona sieht nun nach der ersten Welle endlich seine Zeit gekommen und er ruft das, was er an magischen Barrikaden aufgebaut hat, in die Welt und der Lord Sallestern kann in der ersten Sekunde nur mit Entsetzen auf das blicken, was nun passiert. Denn die Warschrines des Gorn-Somonas, die nun ihre Arbeit aufnehmen, führen dazu, dass die Krieger des Chaos, die gerade noch relativ nachvollziehbar kämpften, von einer derartigen Welle des Zinchen-Wahnsinns erfasst werden, dass sie sich völlig wie besessen in die Reihen ihrer Feinde stürzen. Es kommt zu keinen sinnvollen Truppenbewegungen mehr, sondern es beginnt nun ein absolut selbstmörderisches Gemetzel. Man nimmt keine Rücksicht auf den eigenen Leib oder den eigenen Verstand mehr, es geht einfach nur noch darum, den Feind zu töten und das ist etwas, was die Truppen der Ordnung derartig überfordert, da sie mit einem derartigen Ansturm schlicht und ergreifend nicht gerechnet hatten. Sie gehen unter den verzweifelten Schreien ihrer Freunde und Verbündeten zu Boden, sie sehen dabei zu, wie sich Chaos-Barbaren in Gläfen werfen, die sie zwar durchbohren, die ihnen aber doch noch die Chance geben, jetzt vielleicht noch eine Daughter of Cain mit in den Tod zu nehmen. Und jede Daughter of Cain, die nun stirbt, jeder Stormcast Eternal, der aus seinem Leib gerissen wird, sorgt dafür, dass es noch mehr Macht für die Konstrukte gibt, die aus reinem Varanid von den Gornzomonas geschaffen worden sind. Die Chaos-Anhänger mutieren immer weiter dadurch, dass das Varanid nun in die Erde fließt und die unheilige Macht des Chaos nun auch das Land und den Himmel selbst so weit verändert, dass auch diese sich gegen die Feinde wenden in einer Art und Weise, die man selbst, als man durch das Land des Chaos lief, noch nicht gesehen hatte. Und das Allerschlimmste ist, dass die Seelen der Stormcasts, die als Blitz und Sternenlicht aus ihren zerschlagenen Körpern fahren, nicht mehr nach Asylheim zurücktransportiert werden können, sondern sie werden von den Warschrines selbst angezogen, landen darin und werden auf grauenvolle Art und Weise zerfetzt, um die Gornzomanner Maschinen weiter anzutreiben. Der Tod ist hier auf einmal permanent, ein Stormcast Eternal kann hier verloren gehen und die Flucht ist unmöglich, da sie auf einmal von allen Seiten eingeschlossen sind. Der Lord Celestan selbst sieht mit absolutem Entsetzen auf das, was passiert, hofft aber vielleicht noch irgendetwas tun zu können und sieht dann in das Gesicht des Mannes, auf den er so sehr gehofft hat, denn Kaiser van Brecht bricht aus einem Teil der Flanke auf einmal durch, begleitet von den Daughters of Cain, die seine eigenen Truppen verstärkt haben und schafft es, das Kriegsglück für einen kleinen Moment herumzureißen. Die beiden verständigen sich schnell und wissen, dass sie jetzt eine Chance haben, einen der Warschrines zu vernichten. Sie zerschlagen das Konstrukt, müssen aber einsehen, dass sie nicht alle vernichten können, aber Kaiser van Brecht und der Lord Celestan begreifen etwas jetzt, sehr, sehr schnell. Jetzt ist die einzige Chance, eine Seele zurück nach Asylheim zu schicken, jetzt, wo sie weit genug von dem letzten Warschrein entfernt sind, von der nächsten Maschine, die sie einfangen könnte. Und so durchbohrt der Lord Celestan mit seiner Waffe die Brust von Kaiser van Brecht, vernichtet dessen sterbliche Hülle, lässt seine Seele aus Sternenstaub, Glanz und elektrischer Energie in die Luft fahren, damit Kaiser van Brecht von dem berichten kann, was über die Stormcast Eternals und die Daughters of Cain an diesem Ort hereingebrochen ist, damit er vermutlich auch davon berichten kann, dass die Truppen, die hier sind, niemals wiederkehren werden, wenn nicht irgendjemand kommt, um die Warschrines zu vernichten. Und mit dieser dunklen Botschaft fährt Kaiser van Brecht zurück nach Asylheim, ohne davon zu wissen, dass Morathi sie alle verraten hat. Und das ist auch der Punkt, an dem wir für den heutigen Tag Schluss machen mit der Geschichte, der aktuellen Geschichte der Broken Realms. Und ihr seht, da passiert eine Menge, sind eine Menge Figuren unterwegs und das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet mit dem Video eine Menge Spaß und habt einen fabelhaften Tag, völlig egal, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns am nächsten Sonntag mit dem zweiten Teil und der großen Frage, was die nächsten Schritte in Morathis Plan zur Gottwerdung sind, ob Kaiser van Brecht es schafft, Sigma zu warnen und was der Gottkönig dann eigentlich tut, wenn erneut ein Verbündeter ihm derart in den Rücken gefallen ist. Macht's gut!